Heute ist es wieder soweit. Es geht zum Brandblasentreffen in die Rhön. Eine Outdoor-Veranstaltung vom Allerfeinsten. Das ist übrigens der Kessel, wo man sich immer die Brandblasen holt, weil irgendwann hat einer seine Handschuhe nicht an und dann packt er den heißen Löffel an. In dem Moment hat man Brandblasen. Ja. Und heute ist es soweit. Am 5.1. Poppenhausen Struth. Und hier ist noch mal die Wegbestreibung. Und da freuen wir uns schon drauf. Das sind wieder lauter coole Leute. Da haben wir heute wieder richtig Spaß. Schmeckt geil, ey. Nur mal so. Nur mal so nebenbei. Das hatten sie mal einen Scheibenwischer gekostet. Der hängt jetzt mal da wie so Big 7. Geht, wir müssen das nächste Mal Werkzeug einräumen. Ja, das Schweißrät kann ich nicht mitnehmen, aber ein bisschen was. Jetzt mal ernst. Wir haben keine Kabelbinder dabei, mir Luftpumpe. Muss ich ehrlich sagen. Ja, Brödeldraht hatte ich jetzt rennen. Ja, alles. Ich find's nett. Ja, beim Auto aufgeräumt, alles weg. Scheiße. Jetzt hätten wir uns schon helfen können, aber naja gut. Wir kämpfen uns auch so durch, dass es ganz schön vereist hier draußen wird. Soll es nicht sein. Ja. Und ein Nebel hier, Nebellandschaft. Au, hier ist ein Bauernhof. Große. Na gut. Na gut. Nach dem Haus. Und Werkzeug nehmen wir mit. Entweder ein kleiner Engländer oder so ein kleines Paket, weißt du. Zehner, Zwölfer, was braucht man, Dreizehner, was man so kaufen hat. Dicke, aber. Von haben wir da. Lothar, alles gut. Alles gut hier, mein Freund. Philipp, alles klar. Ihr habt genug Platz dahinter. Ja, 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 das passt alles. Hier, wir sitzen wie Götter. Ja. Dirk, du lenkst? Ja. Alles gut. Gut. Ich hatte den Filmen, da war ich total im Stress. Die Wies, das ist ein Glatteis. Ich bin richtig am Zittern. Da sind wir von der Obe hier runtergeschossen. Zweimal an den Baum entlang. Philipp, du hast nett gefilmt, oder? Ich hab alles gefilmt. Du hast alles gefilmt. Ich hab alles drauf. Okay. Lothar, du hast den Boiler im Kopf. Ich hatte Boiler im Kopf und leichte Blutungen. Ach, stell dich nicht so an, die werden so an. Aber ich bin hart im Nehmen. Gut. Ich hab alles voll mit Panzerband hier. Die Geistkarre ist so zu geflickt, ey. Ja, ich kann gar nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh mein Arsch. Oh. Oh mein Brille. Oh mein Brille. Ach, du Scheiße. Langsam. Warte, kommt der Baumkrompler! Scheiße, ich hab auch nicht aufgenommen! Au! Das war jetzt echt scheiße hier! Und ich hab alles auf Video! Ich konnte nichts machen! Warte, zweimal mit dem Baum, kannst du Glück? Boah! Zweimal! Ja, kosten wir mal Geschenk hier! Leck mich an! Kleinen Zwischenbericht, in den Rhön haben wir wirklich Schnee, ne? Hier ist Schnee! Das ist Pille-Palle! Kommen die alle raus, oder? Wo sind Loda? Loda sitzt noch! Wir sind jetzt hier in der Fischerhütte. Das ist er! Hier ohne! Und dann machen wir erstmal einen Stopp! Schaut gerade das Dach aus! Loda, kommst du? Ja! Ich muss erst die Füße rauskriegen! Erst die Füße raus, ja! Ach ja! Ist alles nicht so einfach! Loda hat abgenommen! Das geht alles ganz gut! Das war alles schon viel schlechter! Wir sind jetzt hier in der Fischerhütte! Und jetzt trinken wir hier einen kleinen Schub! Sehr wein! Sehr gut! So, der Loda hat jedenfalls den Büll am Kopf! Mach es nicht! Mach es nicht doch! Machen wir das! Kopf seitlich! Dann würde ich es nochmal von der Seite ab! Nee! Andere Stöten ist über dem Licht! Gründenblick! Ja, ja! Uuuuh! Loda! Das wächst! Das wächst! Das war das von dem Stich! Ich werde jetzt mal die Warnkasse geschenkt! Unsere Fahrt geht weiter! Wir haben uns jetzt erst einmal gestärkt! Die Scheibe, die schon wurde repariert von Philipp! Philipp, Dankeschön! Bitteschön! Das läuft richtig geil! Und jetzt hier sind wir wieder! Oh! Hier rutscht schon wieder! Okay! Wir haben hier halt Winter in der Rhön! Bei uns da unten in den Kalbach im Rhön gibt es doch kein Winter! Aber hier haben wir Winter! Gut! Hier stehen richtige Winter-Motorräder! Hier ist doch mal alles pico-papo! Dirk, machen wir auf die andere Seite! Ja! Hier stehen die Bikers aus der Rhön! Toll! Sogar mit Shoppers sind sie angereist! Dirk, machen wir da hoch! Ja! Ich sehe jetzt... Gut, wir haben jetzt wenig Licht! Hier oben sieht man noch die Nummer schon da! Und hier die Hütte! Dirk, die Hütte! Ja! Und hier sind die Rhöner Bikers! Da gehen wir jetzt hin! Und jetzt läuft's! Jetzt läuft's ja! Guten Abend! Ich grüße euch! Du auch! Und wie ist's gut? Ja! Bis jetzt noch! Wird aber bestimmt anders erwähnt! Letztes Jahr hast du ganz schön dem Zeug gebabbelt! Ja! Das stimmt allerdings! Aber so ist das im Leben! Ja! Schau an! Schau an! Das ist bald hier auch so! Ja! Wir sind ja auch nicht davon verschont! Wo ist's? Ja! Hi! Läuchten wir mal hier rein! Ja! Machen wir mal Runde! Kimmelchen in Kessel! Hallo Daniel! Ja! Hallo Daniel! Wir sind alle da wieder! Und glücklich! Ja, aber ich glaub' bisher habt ihr da wieder ein Jeep rausgeholt! Ja! 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 Entschuldigung! Kamerateam Kallbares! Ja da ist es ja was! Ja! Ganz kass zu bluten! Klappt das da? Was du da alles da so drauf treibst? Ich denk' nicht! Das liegt ja echt gut hier! Toll! Mal guck' ich hier! Das Kümmeln in Kessel ist ja leer! Hier, Monsieur. Scheiße. Ich hab's ja an deine Praktikante gegeben. Dann mach's mal Brust. Ja, Brust. Hau weg die Scheiße. Hau weg die Scheiße. Hau weg den Stuhl. Was sind denn hier so gegrillt, Stefan? Das hab ich schon gekönnt hier, das läuft ja alles. Nahrerfeuer mal hauen. Haben wir auch schon alles drauf. Alles gut. Ganz viele Gespanne. Hier ist auch zum Beispiel wieder eine. Wissen Sie, das ist ein Kawasaki. Ein hammer geiles Gerät hier. Guck mal, da oben steht noch ein BMW, eine neue. Mein Gott. Leuchte mal da. Hier ist auch wieder so gespannt. Was sind das für eine? Ein BMW? Guck mal hier, ein BMW. Relativ neues Modell. Hat neben der Seite war dran. Machen wir weiter. Enduros. BMW. Da auch, guck mal hier, Suzuki. Gehen. Hey, die Lache kenn ich. Da oben noch, da oben zählt ist sie. Die Wahnsinnige. Guck mal hin Leuchte. Das sind die. Das sind die. Ja, die Zelte hier. Hier lang. Das ist doch scheißegal. Die Tränke hier, Schnaps. Geil. Guck mal hier runter, jetzt ist es auch nochmal. Guck mal, da hinten steht auch noch jede Menge. Der Hammer. Geil, oder? Ja. Das sind so die Getränke, die hier so stehen in der Hütte. Und vor allem hier, wir haben hier ganz viele rote Gäste. Kümmerling ist immer so eine Begrüßung. Ja. So ist es halt. Jetzt filmen wir hier erstmal rein. Das ist halt so in der Hütte. Der Spektakel. Wir sind hier. Guten Tag mein Freund. Hast du alles im Griff? Ich. Ich hab alles im Griff. Gut. Wenn's einer im Griff hat, dann der. David Lautenbach. Ja, wunderbar. Best man forever. Ich bin hier nochmal so kurz weg, damit ich sauer drauf hab. Alles gut ist. So ist es. Ich kann erinnern, der Lutter hat hier eine Stoße. Ich bin gerade noch mal in seinen Kopf. Das ist halt bei mir halt so auslo-technisch unterwegs drin. Komm, vorkommen. Sie können es hier in der Regiebünge. Ja, das geht halt nicht. Hey, bin ich zu wirst? Mit dem Hütter hab ich ja früher mal gehört. Das war ja schon der Oberschicht. Da war ich doch die Luftpumpe. Da war ich im ersten Jahr. Der hat mich auch ganz schön hier realisiert. Aber er ist schon lange her. Heute fährt er auch richtig mit dem Motorrader. So, hier ist wieder schöne Romantik. Da stehen sie halt drum herum um das große Feuer. Die Fahrensmänner. Aus der Rhön und wo sie überall herkommen. Ja, so ist das halt jedes Jahr. Aber das Brandblasetreffen. Einwandfrei. Und hier kommen immer so die Herzen. Das sind noch richtig echte Typen. Die schlafen mal nicht. Ich sag mal, wie heißt du überhaupt? Wie heißt du? Mein Name ist Ritschi. Ich komme aus Holsträuber, Bad Neustadt-Zahle. Und ich habe 2018 die 100er GS durch Zufall eigentlich übers Internet gefunden. Die stand lange im Internet. Ist nicht verkauft worden. Kommst du oben auf den Tacho. Die hat jetzt offiziell auf dem Tacho 59.125. Der hört ja immer bei 100.000 Bedarf hängt er von vorne an. Richtig. Und der Tacho ist schon zweimal übersprungen. Ehrlich? Das heißt, das Motorrad hat fast 260.000 Kilometer gelaufen. Das sind schon ein paar Kilometer. Ich bin Drittbesitzer von der Maschine. Die Maschine ist nur in Franken gelaufen. Das ist auch was Geiles irgendwie. Das ist ein Original. Mehr oder weniger 100er GS. Bis auf das Heck hinten. Wo praktisch die Zwei-Sitzer-Sitzbank umgebaut worden. Auf einer Einsitzer-Bank. Was auch interessant ist, die Sitzbank. Siehst du das? Das ist das Original aus Paraguay. Der Vorbesitzer ist eigentlich auf der ganzen Welt rumgefahren. Und hat sich praktisch in Südamerika eine 100er gekauft. Und ist die da drüben gefahren. Und hat sich praktisch, wo der Sitz kaputt war, original aus Büffel, Fellleder. Aus Büffelfell ist das. Aus Büffelfell machen lassen. Ist drüben gefahren. Und hat den Büffelfell mit nach Deutschland einimportiert. Oder wie das nennen wir. Mitgebracht halt. Hammergeil. Die Kisten hat er mir leider nicht dazu vermacht. Ja. Und sonst kann man sagen, ja, Getriebe ist ab und zu mal überholt worden. Die Köpfe sind einmal gemacht worden. Es ist halt BMW Boxer. Er läuft halt einfach. Ja, da geht ja dann viel kaputt. Normal. Und seit wann hast du die? Dirk, leucht die mal an. Ich habe sie ungefähr seit letztes Jahr, also 2018, Juli, Juni, glaube ich. Ich kann es gar nicht genau sagen. Aha. Und bin jetzt ungefähr, also ich bin noch nicht viel mit ihr gefahren. Weil ich noch mehrere BMWs habe. Was hast du trotzdem so? Aktuell baue ich einen EML-Gespann auf. Das hat normalerweise einen 100er-Motor drin. Aber weil ich keinen 100er-Motor bekommen habe und wollte es einen draus bauen, baue ich eine 800er-Motor. Also da haben wir einen 800er-Motor überholt. Ja gut. Mit einem alten Getriebe, einen Viergang rein. Ah ja. Und das muss aber bis zum Elefantentreffen fertig sein. Aber ist ein original EML-Gespann mit drei gleichgroßen Rädern und alles. Also auch eigentlich was relativ seltenes mittlerweile. Und halt sonst noch eine 1100er-BMW. Immer wieder mal eine R65. Aber das ist so, wie sagt man, Durchgangsposten. Jaja. Und das ist so deine Fahrmaschine jetzt so? Jaja, das ist halt so ein Spaßmobil, kann man das jetzt sagen? Es ist halt, wenn man es sieht, die ist halt wirklich nicht runtergeranzt, sondern die hat halt einfach die Kilometerzahl erbracht, ja? Ja, das jetzt... Das Ding darf so aussehen. Ja, klar. Und viele Leute oder wer sich nicht so mit auskennt, baut die doch mal komplett neu aus. Finde ich scheiße, weil das Ding hat die Kilometerzahl gebracht. Genau. Und dann soll sie auch so aussehen. Ja, das stimmt. Und läuft halt echt dagenlos. Cool. Cool, coole Kiste. Dann würde ich... Hier, Dick, guck mal hier. Am Seitendeckel, hier ist die Welt. Hammer, geil. Also bevor sie die X heuer übernommen hat, war er, glaube ich, noch in Lettland oder irgendwo, hat er erzählt. Also der ist heuer, bevor er das verkauft hat, noch, keine Ahnung, 30.000 oder 40.000 Kilometer mit der Maschine gefahren. Also die Maschine hat Welterfahrung. Aber was halt auch wieder lustig ist irgendwo, die war in Fürth, fürth angemeldet, Ist dann nachher lange verkauft worden und jetzt ist er in die Röhn gewandert. Bei dir? Und du behältst die auch, oder? Ich behalte die, die verkaufe ich nicht. Okay, super. Danke für die Geschichte. Dankeschön. Also wir hatten auf dem Weg noch eine kleine Panne. Wir haben einen Uralspann als Führer dabei gehabt. Da brauchen wir, glaube ich, nicht weiterzureden. Aber auf jeden Fall seid ihr alle da und die Zelte stehen auch. Genau. Sind die auch dicht? Ich hoffe es. Warum nicht? Cool. Und hauptsächlich halt mittlerweile viele mit Gespanne halt unterwegs. Es sind übrigens sehr viele Gespanne, die sind ja hier. Ja? Habe ich gesehen, ja. Ja gut, wir haben allein schon, was waren es, vier oder fünf Gespanne von uns allein. Ja, okay. Ja, cool. So, dann machen wir hier nochmal ein Bild vom Lagerfeuer und damit schließe ich den Film auch ab. Brandblasentreffen 2019. Es ist wieder hammergeil. Und ein Haufen Gespanne sind da. Gut. Ihr Männer, ihr seid bitte alle ganz ruhig. Wir sind hier wieder auf geheimen Wegen. Wir sind alle gespannt, wo wir hier rauskommen. Ja, ich. Und außerdem, wenn wir mal eine Stelle finden, wo man pinkeln kann. Kommst du gar nicht aus dem Auto raus? Nee, das versink ich mir. Wir müssen noch nicht warten. Ich halte das Auto einfach. Also die Steilauffahrt haben wir diesmal geschafft, wo wir letztes Jahr nicht geschafft haben. Das sind Rehe. Ne, Hase. Hase. Zählig. Zwei Hase. So ein Höschen. Weißt du, wir waren am Rammeln und wir haben sie gestört. Das ist ja auch da. Was hast du denn da hinten? Hier ist doch schön, oder? Schön, schluck. Ja. So ist das halt jedes Jahr, das Brandblasetreffen. Ich habe einen Hase. Ich habe einen Hase. Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. Baby, baby, baby. I'm going to play as you do. Oh, no, it's you. Oh, no, it's you. Oooh. Oh, no, it's you.